neue leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile 22 video auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit ab starten freunde und ja vorher natürlich vielen dank von gestern sofort im stream absolut geil von den nächsten stream gibt es natürlich nicht so und dann sagt 20 30 dann mit dem nächsten will peck opening dann auch zum neuen event wollen wir haben ja gestern ein neues shoppec schräg schräg normales event bekommen ihr habt ihr gerade schon da im jahr homie vorbeist leiden sehen das chef der event ist jetzt da es hat die außen event event faktor bekommen sage ich jetzt einfach mal obwohl es hat einfach kein krass sie werden es wollen wir gehen einfach mal ganz schnell rein von das ist eine seite hier mehr ist es halt nicht also ich weiß nicht ob man das als richtiges event betiteln kann klar man kann ihnen unter sprachen aber ich finde es jetzt halt irgendwie nicht so ein richtiges event aber gut wir gehen trotzdem rein von dem wir gehen hier trotzdem rein wir haben einmal die schelter quest können wir mal schnell reingehen da kann man hier ein paar quests machen und auch ein paar coole spieler bekommen hier unter anderem ist 707 makilele 106 und 100 neue augen wenn man alles schafft das sieht schon ganz geil aus dann gibt es hier noch ganz viele shapeshifter credits für den star wars da gehen wir gleich rein also die quest lohnt sich auf jeden fall hier schon täglich zu spielen und auch hier alles zu schaffen ich meine man nimmt hier so gerne und drohen wie du könnt immer gerne mit auch wenn man nicht verbrauchen kann kann man die wahrscheinlich in die umtausche reingehauen genau wir haben halt hier jetzt die drei krassen spieler hier im event mit hd und ich hier hier ist es einfach ganz einfach freunde ihr müsst da ein beliebigen umtausch machen also ihr könnt ihr beliebige spieler also was heißt beliebige spieler da braucht man jetzt zum beispiel keinen schäfschifter spieler so wie es bei anderen events ist sondern einfach hier generell beliebige spieler so wie es hat hier steht ist eigentlich machbar vielleicht ein bisschen da kommt davon wie viel es kostet aber so ein wenig mehr neun wenn ich brauche kann diesen umtausch eigentlich schon machen ich würde jetzt nicht allzu teuer einschätzen und jetzt einfach mal so sagen das gleiche ist halt hier auch bei bei hat die 108 da ist natürlich etwas geringer aber sollte eigentlich auch klar gehen und das gleiche natürlich dann auch bei ja also ich finde eigentlich ja das ist machbar also wer die unbedingt haben möchte die spieler der umtauschen lohnt sich daraufhin auf jeden auf jeden fall so kann man das sagen gehen wir rein zum chef chef schifter jetzt habe ich schimpf schifter pass und ich habe mir schon geholt redmann habe ich mir schon geholt und hier gibt einen schönen pass mit barnes herriger und hinten best und verronten coole karten ich sage direkt für mich eher uninteressant weil ich erkenne zu dem spiel und ev gibt es bessere aber sind auch immer interessante karten nehme ich dann offenbar mit kann man dann auch gut verkaufen ja ich finde auch geht das tag aus eigentlich kann man sich holen wenn man möchte aber am besten ist natürlich immer ganz klare sache dann wollen wir haben wir natürlich im store im shop haben wir natürlich hier auch noch ein paar shape shifter packs richtiger zungbrecher name wir haben immer hier ein gratis pack schau zu ziehen bringt aber chance ist dann dann gibt es hier noch schöne angebote das sieht eigentlich aus der verlockend 101 plus ich finde das angebot hat sehr verlocken weil das hat eben günstiger ist als das hier weil sie in 50 prozent gespart ist deswegen würde ich empfehlen das linke zurück und das coole ist freunde man kann endlich seine gems da reinhauen wollen man kann endlich seine gems da reinhauen ja vielleicht haut man die gems rein vielleicht spart man die gems aber auch noch auf bis das tots kommt eigentlich auch noch mal eine schlaue idee ja ich habe im stream schon eins geöffnet hat und 100 lass mich nicht lügen und hat 6 aber dann hatte ich ihn ist noch weiß nur ich mal kurz nachgucken bau ist genau ich hatte 106 ab barnes also ja jetzt weiß nicht so die krasse ausbeute nehme ich aber mit nehm ich aber mit genau ansonsten seht ihr hier die ganze spieler pt und die walter sind natürlich die zwei krassesten riemann 112 sieht schon geil aus aber ich bin ja die zufrieden ich bin die form zufrieden er kann ruhig und noch länger da drin mal gucken was das trotz dann ja bringt trotz wird das riesengroße event sein da wird es ja zig stürmer gehen die ich geil sind ich sag nur erling haaland oder mbp ist der bescheid aber sonst ein wenig spieler halt fit aber ich brauche halt jetzt kein zu dringend zu karte es könnte man sich überlegen hat ztm aber da hätte ich eigentlich kennen tourie also eigentlich auch nee wenn man das mal so sagen kann ja ihr könnt ihr mal gerne eure meinung zu dem schaffstift in die kommentare schreiben welchen spieler möchtet ihr euch gerne holen schreibt es gerne in die kommentare ansonsten genau wir haben uns gestern noch im stream dann hier einen ja jetzt geht es einen frankenlamp abgeholt war sehr sehr wild das heißt auch ich hatte hier in kömen mir auch abgeholt und das bedeutet im umkehrschluss wir können dann rein theoretisch den 111 machen es hat die frage will ich ruhiger da reinhauen gefällt mir die einfach zu gut wie gefällt tony rüdiger einfach irgendwie zu gut ich muss nur mal überlegen vielleicht ziehe ich noch mal in 110 oder ich verkaufe oder ich kaufe 10 ja ich weiß es wirklich nicht weil ich finde tony so geil und wenn er hat seine abgabe bekommen wird kann er so geil werden ich muss noch mal überlegen ich muss wirklich mir das noch überlegen genau sonst noch auf dem markt habe ich mir auf die buch ist jetzt einfach mal hier die leute gemacht ja ich mache ich halt noch aus wenn ich brauche ich brauche ich brauche ich wirklich nicht nächstes möchte ich mir gerne schaden ja dann sowohl der nicht ganz cool aus tourie ist natürlich auch noch mal so ein ziel ja genau wie das finde ich mir auch gut vorstellen auch noch mal hier zu holen ich wollte mich auch ein paar kreuz ein bisschen pecklack ich habe jetzt hier aktuell kdb aber das wird nichts freundes hatte mir wie viel verfern empfohlen kursgelauern wie gefällt aber ich glaube das wird nichts mit dem man sich um meine 154 millionen mal wieder haben wir noch was bei den quests ja gut halt diese question nach gut es ist vielleicht noch eine shapeshifter quest aber haben wir nicht gemacht aber wir sind nicht eingeschaltet besser gesagt naja freunde was wir machen ja auf jeden fall sehr sehr interessant ihr könnt ihr jetzt wie gesagt gerne eure mann mal zu in die kommentare schreiben ich finde es so als nebenbei event es geht bei der way 14 tage oder zwei wochen ich finde so als nebenbei event ja kann man machen freunde kann man ja mal machen so ne es gibt ganz coole spieler ich denke mal für die leute die erst neu angefangen sind es eigentlich ganz coole spieler für die etwas ja fortgeschrittenen wie bei uns jetzt oder bei mir zum beispiel sind der spieler also sind da jetzt nicht so brauchbare spieler dabei wie gesagt die 112 und das braucht man nicht drüber reden die sind natürlich geil aber ja der rest eher nicht freunde ja nicht schreibt genau meinen kommentare ich würde sagen was gewinnt damit die video wenn es euch gefallen hat das gerne das gerne oder dann sehen uns morgen hat er frische wieder macht's gut freunde bis morgen haut rein und ciao und